Willkommen zurück zum Okay Ciao Podcast. Heute sprechen wir über Ralf Schumacher. Warum reden wir über ihn? Er hat sein Coming Out gehabt und hat uns allen seinen cuten Boyfriend präsentiert. Wobei, das, was man von hinten sehen konnte. Ja. Was denn? Der ist süß, ne, der Ralf? Ich war geschockt. Das ist ein richtiger Zeddy. Der ist, Ralf war schon immer, der war immer der schöne Bruder. Michael war der Erfolgreichere. Ja. Ich fand schon, dass er gut aussieht, aber der hatte halt schon so interessante Gesichtshüge und so. Aber Ralf war beautiful. Aber er kam nie an die Erfolge seines Bruders ran, der auch für sehr viel Drama gesorgt hat. Er ist der Harry. Harry? Harry Styles, meinst du? Prinz Harry. Ist ja wie bei Prinz Harry und William. William ist der König, aber Harry ist hot. Wobei, ich fand aber immer, dass so William hübscher war, bis er seine Haare verloren hat. Ja, weil Diana sie gesnatcht hat. Diana? Nach den Fremdge-Vorwürfen. Ach so, meinst du? From Heaven's Net. Okay, wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber, okay, zurück zum Thema. Am 14.07. machte der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher einen überraschenden Post. Er präsentierte sich mit seinem Partner auf Instagram. Beide schauen sich von einem Boot aus den Sonnenuntergang an. Mit der Caption, das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Wisst ihr, was auch richtig schön ist? Wenn ihr diesen Podcast abonniert und überall da hört, wo es Podcasts gibt. Das ist immer. Hört euch denn an, da gibt es noch mehr Themen. Genau, das ist noch ein Teil. Supportet uns. So, jetzt kannst du weiter machen. Okay, gut, weiter geht. So, scrollt man durch die Kommentare, findet man auch ein paar mehr Infos. Vor allem Insiderin, Carmen, geil. Die hat sich am meisten gefreut, hatte ich das Gefühl. Sie hat auch richtig stolz, wie so eine Mutter, das Bild ihrer beiden. Als ob sie selber ein Coming-out hatte. Ich liebe euch beide so sehr. Ich wünsche, ich könnte sie nachmachen, weil sie hat so eine geile Stimme. Du hast den Partner, so, Etienne. Nee, du hast den besten Partner. Achso, du hast den besten Partner, Etienne. Okay, wir wissen jetzt den Namen, das wussten wir vorher nicht. Den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren, okay, sie waren zwei Jahre zusammen, könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. Ich kenne Ralf seit mehr als 25 Jahren. Wusste ich auch nicht. Oh, okay. Und er war mir immer ein Megafreund. Immer liberal, ein herzensguter Mensch, den ich Tag und Nacht anrufen kann. Oh, ob sie es auch gemacht hat, der Arme. Und vor allem, Dinge in seiner Position immer ehrlich zu mir waren. Ich bin froh, dass ich ein Teil dieses Lebens sein durfte. Und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Denn auch Etienne liebe ich abgrundtief. Voll süß. Einige meinten in deinen Kommentaren so, ob du das hättest so sagen dürfen. Guck nochmal, ne? Aber ich habe gesehen, dass Ralf Storys gerepostet hat. Einmal von einer anderen Freundin, wo Etienne auch markiert war. Das heißt, wir hatten locker seinen Instagram-Account gefunden. Und noch einen Post mit Carmen zusammen. Also, und so. Hat er noch so Herzchen-Emojis noch dazu gemacht. Das hat wahrscheinlich auch irgendwie abgestimmt, oder? Ja, natürlich. Ich dachte mir auch so, Leute, ihr wisst das doch. Und Ralf kann das doch löschen, wenn das zu viel ist. Genau, dann habe ich mir halt auch, hast du das Bild gesehen, was er gepostet hat in die Story? Girl! Und zwar, nee, Moment. Ich bin zu Etiennes Profil gegangen. So. Und habe geguckt, was er dazu geschrieben hat. Und dann hat er dieses Selfie hochgeladen. I mean. Das habe ich auf Google gesehen. Genau, richtig. Ja, die beiden sind hot. Also, wir sehen Ralf Schumacher mit seinem Hottie Etienne. Die waren Bergsteigen anscheinend. Und hinter der Innen sind die Wolken zu sehen. Sonnenuntergang ist voll deren Ding. Und mit der Caption, über den Wolken. Ich meine, girl, da haben sich zwei gefunden. Dann habe ich die Kommentare gelesen und da standen so ein paar Sachen. Zum einen, dass sie es traurig finden, dass Ralf sich unter Druck outen musste. So nach dem Motto. Also, word on the street ist, die Bild-Zeitung hat anscheinend seine Finger drin gehabt. Irgendwie wollten die was exposen. Das kann ich mir so gut vorstellen. Voll. Weil das haben die doch auch mit Amira gemacht, glaube ich. War da nicht auch was? Amira Pocher. Mit dem Neuen oder was? Nee. Nee, aber die haben ja auch irgendwas auch gemacht. Und dann wurde die gesagt, okay, egal. Habe ich jetzt vergessen. Aber genau. Es würde auf jeden Fall zu denen passen. Ist aber jetzt nicht bestätigt. Weil ich habe nichts dazu gefunden. Dann aber gab es auch viele Kommentare, die so positiv gegenüber Cora Schumacher sich anhörten. Und da dachte ich mir auch so, hä, okay, gut, warum, ne? So, was denken die denn, ne? Da dachte ich mir, okay, gut, wahrscheinlich muss er sich vielleicht, also wenn wir davon ausgehen, dass er schwul ist, könnte ich mir vorstellen, okay, dann muss er seine Homosexualität verstecken. Sie hat es vielleicht herausgefunden. Schein, was auch immer. Aber meine Schwester zum Beispiel hat auch so reagiert, so, boah, da müssen sich die Leute aber bei ihr entschuldigen eigentlich. Interessant. Was ist denn passiert? Hä, was ist denn mit passiert? So, ich wusste zwar, dass... Ich war zu jung dafür. Genau. 90er Jahrgang. Gen Z. Gen Z. Was machen die immer? Ich bin zumindest alt genug, um mitbekommen zu haben, was ein bisschen abging. Also ich wusste auf jeden Fall, dass Cora generell einfach nicht gut ankommt auf Social Media. Ja. Also sie ist zwar schon erfolgreich mit, sie ist hier im Dschungel kennengelernt gewesen, Big Brother und was auch immer, aber irgendwie... Sie hat so ein trashiges Image. Sie hatten trashiges Image, die Kommentare sind immer, oh, du siehst so scheiße aus, du musst dir deine Lippen kleiner machen lassen, blablabla. Und ich denke mir so, ist doch egal, lass sie doch. Genau. Und dann gab es halt ein Kommentar, alle, die auf Cora nach der Trennung geschimpft haben, sollten sich jetzt ganz schnell entschuldigen. Wahrscheinlich war das der Grund, wahrscheinlich war das der Grund. Respekt an Cora, dass er sich selbst outen konnte. Alles Gute. Okay, gut. Dann habe ich mal geguckt, okay, ich wollte mir jetzt einfach mal die Beziehung von den beiden angucken, weil wir haben ja keine Ahnung, weil wir ja so jung sind. Und Cora und Ralf kennen sich seit Teenager-Zeiten. Also die haben sich irgendwie, wo die so 16 kennengelernt haben. Oh, ein paar Jungen. Und am Anfang der 90er Jahre waren die beiden auch in der gleichen Freundesklicke. Coras Vater gehörte eine Kartbahn im Kerpen. Und als die Freundesklicke sich zum Rennfahren dort treffen wollte, sagte Ralf rückblickend dazu, also es gab immer, ich gehe immer wieder rückblickend, weil es halt später dann Aussagen gab von Ralf. Diese Cora hat mich beeindruckt. Sie hat auch gegen die älteren Jungs nie zurückgezogen. Immer Vollgas, immer mit dem Kopf durch die Wand. Das hatte was. Cool. Cora hat nämlich selber auch so ein bisschen Rennfahrerfahrung. Hat über die Jahre auch immer wieder was gemacht. Konnte natürlich jetzt nicht die Erfolge von Schumacher jetzt anknüpfen, aber okay. Okay, das ist schon klar. Eine Alternative im Universum. Gibt es eigentlich weibliche Rennfahrer? Ja, es gibt sogar, komme ich später dazu, eine Transgender-Rennfahrerin. Richtig krass. Okay. Vor allem, weil ich erinnere mich daran, wie mein Vater immer Formel 1 geguckt hat. Und mir war das, ich fand das so langweilig, weil ich immer zu Papa gesagt habe, das, ne, weil ich mir dachte, die ersten drei Runden sind interessant, der Rest interessiert mich nicht. Okay. Ich habe immer eingeschlafen zu dem Geräusch. Ja, aber echt? Ja, ich kann voll gut erschlafen, wenn Formel 1 läuft und ich sofort weg bin. Oh mein Gott, ich fand das immer so unangenehm für die Ohren. Vor allem, weil ich dann auch gesagt habe, Papa, Michael Schumacher gewinnt doch eh. Warum gucken wir das denn noch? Wirklich. Und der hat immer gewonnen. Der hat immer gewonnen. Immer gewonnen. Ja, der ist, glaube ich, der Einzige, der, ich glaube, der hat sieben Formel 1 Titel. Oder mehr? Hat Marzia recht. Schreib das in den Kommentaren. Okay. Hat Marzia recht. Auf jeden Fall mehr als Ralf. Ja. Und mehr als Cora auf jeden Fall. Mehr als Cora. Und ich glaube, der ist immer noch Nummer 1 auf der Welt. Und dann wurde ich wieder traurig, weil... Ich weiß. Nachdem was passiert ist. Okay, gut. Zurück, zurück. Sowohl Ralf als auch Michael Schumacher haben dadurch, weil Michael war nämlich auch mit dabei, dadurch angeblich, das habe ich aus einem Artikel, die Liebe für Rennsport überhaupt entwickelt. Interesting. Das heißt, das ist so schon richtig verwoben, so die Leben voneinander. Den ersten Heiratsantrag von Ralf lehnte Cora wohl ab, da ihr zu unromantisch sei. Ralf sagte dazu, ich habe ganz normal gefragt, wann wir denn heiraten wollen. Und Cora meinte nur, Freundchen, so läuft das nicht. Word, ist so. Und ich war auch so, okay, gut. Was das wohl bedeutet, so nachhinein. Denn den zweiten Antrag fand, der zweite Antrag fand dann ein paar Wochen später auf einem Parkplatz der Fastfood-Kette McDonalds. Ach, ich lieb's. Das ist mir so mein Style. Ja. Mein BK. So, du einfach nur mit ganzen, genau, Burger King mit dem ganzen Essen und so. Und dann, oh, dann steckt dir dein Freund einen Onion Ring an den Finger. Mit sich heiraten. Du, wenn die geil schmecken würden, wäre ich dabei, weil die Burger King letztens war echt eklig. Ja, gut, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber nur für den Ring. Ja, ich weiß, ja, ja, ja. Und dann sagte Cora dazu, das war so schräg, dass es schon wieder romantisch war. Da konnte ich gar nicht Nein sagen. Ich mag Cora, die ist sympathisch. Ja, eigentlich, ich muss auch echt sagen, ich fand die nie schleiße. Die war auch cool im Dschungelcamp. Aber gab es jemals, also das müsst ihr uns auch noch mal sagen, aber gab es jemals einen Moment, wo, ich muss meine Stirn glätten, wo sie irgendwie scheiße war, wo sie irgendwie Blödsinn gelabert hat, wo sie irgendwie jemand schlecht geredet hat. Das kann ich ihr nicht sagen. Ja, das Einzige, was ich von ihr mitbekommen hatte, war halt einfach so, dass sie existierte einfach. Und dass sie ihre Gesichter verändert hat. Genau, Frauen wie sie, die halt in so eine Schublade geschoben wurden. Ja. Vor allem in den 2000ern, das waren halt so die dummen Boxenluder. Ja. Weißt du? Ja, ja. Aber das ist schon echt übel. Es gab ein Video, wo die ein Ranking gemacht haben über die irgendwie schlimmsten Rennfahrerfrauen oder so. Und da war irgendwie Chor auf Platz 6. WTF? Ja, keine Ahnung. Oh. I really don't know. Ja, okay. Dann heirateten die beiden 2001, kurz vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes David. Da dachte ich mir auch so, okay, vielleicht war das auch so ein bisschen gezwungenermaßen. Ich weiß es nicht. Die Hochzeit soll so intim gewesen sein, dass nicht mal der Bruder Michael was davon mitbekommen hat. Oh, wow, okay. Okay. Muss aber auch nichts heißen. Muss auch nichts heißen. Was aber schon was heißen kann, ist, dass zwei Jahre nach der Eheschließung es wohl gekriselt haben soll. Das ist alles immer sehr schwer jetzt für mich nachzuvollziehen, weil was die Leute früher berichtet haben, ist nicht das, was man heutzutage berichten würde. Okay. Aber es kriselte wohl. Es gab auch immer wieder Gerüchte, dass sie ihn betrogen haben soll, aber auch, dass er schwul sein soll. Okay. Aber auch, dass er sie mit einer Frau betrogen haben soll. Also es gab immer wieder Gerüchte. So. Die BILD berichtete 2014, dass Ralf zu den Gerüchten seine Sexualität wie folgt reagiert habe. Noch so ein Schwachsinn-Geschichte. Auch wenn ich einige jetzt bitter enttäusche, ich bin genauso wenig schwul, wie die Donau eine Insel ist. So. Die nächste News ist, die Donau ist jetzt eine Insel. Ja. Weil er noch schwul ist. Willst du sie? Okay. Also das fand ich halt interessant. Genau. Ab 2009 lebten die beiden getrennt. Oh, okay. Und seit 2015 sind sie auch geschieden. Also 2014, 15. So. Die Gerüchte hielten sich auch hartnäckig. Vor allem, weil ein paar Jahre vor der offiziellen Trennung Fotos kursierten von Cora Schumacher und Materia. Ah, ich dachte, Ralf und Materia ist so, wow, that's juicy. Oh mein Gott, nein. Vor allem, guck dir mal die Fotos an. Wenn es davon Fotos gegeben hätte mit Ralf und Materia. Warte, ich zeig sie dir. Ich hatte die in der Bahn gefunden. Amin. Oh, wow. Man sieht sie in einem grauen, einfachen Shirt und holt sie ihm eine runter? Nein, sie sind in einem Hotel. Weil er guckt so. Also es sieht so kontinentalfrühstückmäßig aus. Und sie hat so ihren Arm um ihn und flüstert ihm irgendwas ins Ohr. Aber er guckt so. Oh, okay. Jetzt ist seine Zunge in ihrem Ohr drin. Okay. Oh. Hand auf der Brust und so auf die Saira. Also das ist definitiv eindeutig, zweideutig. Und beide haben aber die Fähre jetzt nie bestätigt oder sowas. Müssen die nicht, wir sehen es ja. Genau, aber es war halt 2011. Aber waren die getrennt? 2014, ja, aber das wussten, weiß man jetzt, dass sie getrennt waren. Aber man wusste immer wieder, es hat gekriselt, blablabla. Aber offiziell getrennt haben die sich 2014 das auch verkündet. Verstehe. Das heißt, der Grund, warum Cora so gehasst sein könnte, ist halt, weil man gesehen hat, dass sie Reif betrogen hat. Das könnte ich mir so vorstellen. Die Gerüchte halt, dass Reif sie betrogen hat, stammten, also da habe ich einen Artikel gefunden, voll random. Da gab es so, ich habe es nicht mit reingenommen, weil ich nicht weiß, ob ich es ernst nehmen soll. Es war wirklich nur ein Artikel aus 2011 oder so, wo SMS von Cora an Reif vermeintliche Affäre geschickt wurden. Sie drohte ihm halt so der Person Gewalt an und meinte halt so, ja, und dann meinte sie aber irgendwie, dass die Ehe scheinheilig sei von den beiden. Früher hat man angenommen, dass es sich bei der Affäre um eine Frau gehandelt habe. Vielleicht hat es sich da schon um einen Mann gehandelt. I don't know. Dann haben sie sich jedenfalls scheinen lassen. Cora erhielt 10.000 Euro Unterhalt. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das jetzt immer noch so gilt, aber meistens kriegen die Frauen, Ex-Frauen Unterhalt entweder bis das Kind 18 ist oder bis sie neu heiraten. Und dadurch, dass halt Reif gut er hatte, der ist in den Ruhestand schon gegangen. Das heißt, ich weiß halt auch nicht, ob Cora sich jetzt irgendwie großartig alleine um ihn, um den David, gekümmert hat oder warum sie diese 10.000 Euro bekommen hat, aber ich finde schon, dass sie das verdient hat, weil sie hat ihn natürlich dem Rücken freigehalten. Jetzt war auch gearbeitet, sie hat als Erotikmodell so ein bisschen gearbeitet und andere Sachen und so, aber ja, dann durfte sie halt in so einem Reihenhaus im Bergheim wohnen. Das war das Einzige, was sie halt bekommen hat. Und sie hat sich aber darüber beschwert, wie klein es ist, bla bla bla. Und ich fand auch, die Art und Weise, wie die Bild darüber auch berichtet hat, der Dame ist das Haus im Bergheim viel zu klein und da ist natürlich die Villa in der Schweiz doch viel eher was für sie, aber da darf sie nicht rein. Oh, da ist mir so ein Bild, come on. Jetzt macht ihr einen auf Robin Hood oder was? Ja, echt, wirklich. Okay, chill. Sie soll nach eigenen Angaben einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufgenommen haben, um die Scheidung zu bezahlen. Krass. Das heißt, der Grund, warum ich jetzt darüber rede, ist, man sagt ja immer so, Bokura hat voll Geld gemacht mit der Beziehung zu Ralf und sie trägt ja auch noch den Nachnamen. Sie selbst sagt aber, dass der Nachname ihr mir viel mehr Leid bringt als als andere. Und ich verstehe, warum man den Nachnamen behält, weil wenn das Kind so heißt, will man auch so heißen. Also Leute, wirklich, was das angeht, wir wissen nicht, was passiert ist. Lass die Frau in Ruhe. Ja. Lass auch ihn in Ruhe. Wir wissen es ja einfach nicht. Ja, genau. Sie verdiente immer noch ein bisschen ihr Geld als Erotikmodel, dann aber hauptsächlich als Reality-Star. Zuletzt war sie ja im Dschungelcamp zu sehen. Da gab es ja ein paar Aussagen von Cora. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen letztes Jahr. Sie gab so ein bisschen Hinweise in Bezug auf Ralfs Sexualität. Sie sagte, ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum eher nein. Wobei ich die Aussagen, wenn man bedenkt, dass die geheiratet haben, kurz nachdem sie schwanger wurde, vielleicht auch so interpretieren können, so ja, der hatte das Gefühl, sie heiraten müssen. Aber gut, jetzt wissen sie es vielleicht besser. Dann sagt sie weiter. Sagen wir mal so. Man wahrt die Persönlichkeitsrechte des jeweils anderen. Ich kann über einige Dinge nicht reden. Diese Zitate kursieren jetzt gerade die ganze Zeit. Nach dem Auszug aus dem Dschungel sagte sie auch noch Folgendes. Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Finde ich auch gut, dass sie das nie gemacht hat und dass sie das auch einfach respektiert hat, dass sie Ralf nicht gegen seinen Willen geoutet hat oder so. Ja. Ja. Also sie hat ja schon über Ralf und die Beziehung in der Öffentlichkeit gesprochen. Das macht sie bis heute. Ja. Aber man merkt einfach, dass sie wirklich Schwierigkeiten hat, die Beziehung hinter sich zu lassen, weil sie sagte auch noch 2021, dass Ralf wirklich die Liebe ihres Lebens war, sie ihn immer lieben wird und man merkt das voll. Ich glaube, dass es krass ist, wenn du erfährst, nach all den Jahren, dass dein Partner eigentlich ja, erstens nicht seine echte Sexualität ausleben konnte, wobei wir wissen ja nicht, vielleicht ist es auch bisexuell, das weiß man halt nicht. Genau, das wissen wir nicht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er schwul ist, dann ist es glaube ich auch einfach krass, als Frau dann, oh, okay, war das jetzt alles eine Lüge, ne? Deswegen kann ich dahingehend diese Aussage verstehen, weil es fühlt sich an, als ob man halt nicht da gegangen wurde die ganzen Jahre. Aber was man halt nicht bedenkt in dem Schmerz, in dem man ist, dass diese Menschen auch gelitten haben. Der hat das ja nicht just for fun gemacht, zu sagen, okay, ich schäme, weil im Grunde schämt man sich ja für seine Sexualität und die Außenwelt lässt auch einen im Stich. Ich meine, er kommt aus dem Sport, Rennsport, alles an Sport ist ja mittlerweile, ne? Es ist männlich und man darf nur so und so sein. Weil, ne, da haben ihm safe auch alle gesagt, so, das ist nichts, worüber du sprichst. Ja. Und ich finde halt, war so eine Situation, beide Parteien leiden einfach. Ja. Und ich finde, dass Cora das Recht haben darf, wütend zu sein. Voll. Weil, ich würde, boah, wenn ich das wäre, ich würde jedes Mal, wenn ich zurückdenke und wenn wir Sex hatten, denken, boah, hab ich den jetzt dazu gezwungen? Oh Gott, das ist ja so schlimm. Und er darf aber halt auch verletzt sein, wütend, was auch immer sein. Das ist echt schlimm. Ja. Und das, das macht Homophobie mit einem. Ne? Solche Beziehungen entstehen dann. Oh Gott. So, dann habe ich mich halt auch gefragt, wie die beiden halt zueinander stehen. Mhm. So, in einem Interview mit Spiegel sagte die Cora Folgendes zu ihrem Ex. So, der Spiegel fragt, ihr Ex-Mann Ralf Schumacher und ihr Sohn haben sich gegenüber RTL zu ihrer Dschungel-Teilnahme geäußert und ihnen viel Glück gewünscht. Haben sie sich vorher privat bei ihnen gemeldet? Cora, mein werter Ex-Mann hielt es nicht für nötig, mich an Weihnachten, zu Silvester oder an meinem Geburtstag zu kontaktieren, um mir dann viel Erfolg über die Medien zu wünschen. Was ist denn das für eine peinliche Nummer? Das ist ein Armutszeugnis. Mhm. Ja. Auch nicht nett, aber. Also, ich habe halt gelesen, also es schwankt halt immer wieder zwischen den beiden. Ähm, sie folgt ihm bei Instagram nicht, aber vor über zwei Jahren hat sie halt zahlreiche Fotos von Ralf mit so Like, ähm, also Gefällt mir gedrückt. Ähm, die ersten Likes gab es irgendwie 2022, die letzten September 2023. Das scheint dann wieder was passiert zu sein. Und dann, voll krass, habe ich ein Stand-up von ihr gefunden. Sie war nämlich bei Oliver Pocher, äh, gefährlich ehrlich. Okay. Bei seiner Show, Oliver Pocher und Amira hatten, glaube ich, die Show zusammen. Und da hat sie halt so, ja, ihre Stand-up-Routine gebracht. Und das fand ich irgendwie cool, Oli hat auch immer gelacht. Ja. Und es schien auch supportive und so. Ich dachte mir auch so, hey, krass. Und da habe ich dann die Kommentare auch darunter gelesen, die waren natürlich älter. Ralf hat alles richtig gemacht, sich von ihr scheinen zu lassen. Da hat der Ralf wohl alles richtig gemacht. Und wer wie ein Mädchen fährt, gewinnt definitiv keine Rennen in der Königsklasse. Erbärm mich über den Ex zu lästern. Also sie hat halt so ein paar Witze über ihn gemacht. Okay, jedenfalls führt sie ihre Stand-up-Routine durch. Und irgendwann mal kommt es halt zum Thema Ralf. Und sie sagt halt, dass, also jetzt ein für alle Mal für alle da draußen, Ralf ist nicht schwul. Das hat sie halt wirklich gesagt. Erstmal dachte ich mir, okay, kommt jetzt noch der Witz. Und er meinte so, er ist zwar nicht, also er ist zwar irgendwie weiblich, so nach dem Motto, aber, nee, Moment. Er ist nicht schwul, aber er fährt wohl wie eine Frau. Irgendwie so. Und es ist total, ich kann das leider nicht mehr rekonstruieren. Ich darf das leider nicht zeigen. Aber sie hat auf jeden Fall einen Witz über Reis gemacht. Ja, ja, ja. Und deswegen der Kommentar, den ich gerade vorgelesen habe. Die Frau ist so billig, kaum zu glauben, dass sie mal mit Ralf Schumacher verheiratet war. Warum wären Leute so gemein? Das ist sehr gemein. Sie ist billig. Warum ist sie billig? Warum hat man das Bedürfnis, sowas auch zu schreiben? Du bist so billig. Kein Wunder, dass sie nicht mit dir zu sagen. Oh mein Gott, come the fuck down. Ja, ist halt Frauenhass einfach. Ja. Sie ist blond, sie ist operiert, sie hat Dinge machen lassen. Sie ist, ja. Sie ist auch a mess. Also auf Social Media ist sie nun mal chaotisch. Aber so what? Sie ist, wäre jetzt auch nicht mein Ding, ihr zu folgen. Aber folge doch einfach nicht, wenn du keinen Bock auf sie hast. Dann gab es ein Social Media Post, den ich jetzt gerne noch vorlesen wollte, weil darüber jetzt gerade alle berichten und in den Schlagzeilen steht das, ich habe das jetzt gerade größer gemacht, in den Schlagzeilen steht da halt immer so ihr Statement zu Ralf Schumachers Coming Out und dann wird daraus zitiert. Dabei ist das etwas, was schon früher passiert ist. Und also sie teilte eine, ein Instagram Story, wo sie halt weinen zu sehen war. Mit der Caption kennt ihr das Gefühl, wenn der Boden unter euren Füßen plötzlich nachgibt und ihr in die Dunkelheit stürzt. Verraten von den Menschen, die euch am nächsten stehen sollten. Der Moment, wenn der Schmerz wie ein brennender Dolch in eurer Brust fährt und die Enttäuschung wie ein schwerer Nebel euer Herz umhüllt. Dieses lebende Erkenntnis, diese lebende Erkenntnis, oh Gott, diese lähmende Erkenntnis, dass niemand an euch glaubt und euch fallen lässt, wie ein Blatt im Sturm. Der Schmerz der Enttäuschung ist eine mächtige Kraft, die uns niederdrückt, aber auch lehrt, unsere eigene Stärke zu finden. Hashtag Mythos der Enttäuschung. Hashtag Innere Stärke. Hashtag Gefühlssturm. Hashtag Seelenkraft. Hä? Ist so, girl, what happened? Das habe ich von so einem Gossip-Kanal gefunden, wo der Typ echt gemein über sie gesprochen hat. Warum lädt man eine Story hoch, wo man weint? Bla, bla, bla. Er meinte halt so, ja, Leute, die ihr halt folgen und mit ihr dabei sind, die machen sich dann halt Sorgen, wenn solche Posts gemacht werden. Verstehe ich auch, dass man sowas dann kritisieren kann und so, aber ich mochte er, er weiß ja nicht, wie er gesprochen hat. Egal. So, ein paar Tage später stellt sich heraus, dass es in dem Statement tatsächlich um Ralf Schumacher handelt. Und dazu sagte sie der Bild folgendes. Auch neun Jahre nach der Scheidung schickt er mir immer wieder Anwaltspost, will mir öffentlich den Mund verbieten lassen. Angeblich waren die beiden so schon so öffentlich versöhnt, aber es gibt halt jetzt schon wieder eine Funkstille, die jetzt seit einem Jahr andauert. Und genau ein einziges Lebenszeichen sind halt diese juristischen Briefe. Und sie sagte noch, es reicht jetzt, ich mach das nicht mehr mit, ich bin total enttäuscht von meinem Ex. Weiter sagt sie, als ich im Dschungel war, hat er über mich geredet in der Öffentlichkeit. Aber wenn ich was sage, kommt sofort Anwaltspost. Ja, also Ralf redet eigentlich nicht über sie in der Öffentlichkeit. Es gab halt nur diese Glückwünsche für ein Dschungelcamp. Sonst habe ich dazu halt nichts gefunden. Und sie redet schon immer wieder. 2021 war sie zu Gast bei jemandem, hat sie über ihn gesprochen. Sie macht das schon viel. Aber ich habe ein Mitleid für sie. Ich empfinde Mitleid für sie. Ja, ja. Ne? Es ist schwierig. Im Januar 2024 erklärte Ralf im Bildinterview, Wir leben mittlerweile beide unsere eigenen Leben und wir verstehen uns inzwischen auch wieder ganz gut. Wir haben mal mehr, mal weniger Kontakt, aber das ist ja auch normal. Generell, wenn man Cura folgt, merkt man, dass es ihr halt nicht gut geht. Sie hat, ich finde, die Beziehung zu Ralf gar nicht verarbeitet. Und genau, angeblich soll doch das Coming Out Silvester 2023 schon geplant worden sein. Ach so. Also jetzt zurück zu Ralf. Aber es wurde dann halt aus Gründen erst am 14.06. gemacht. Okay. Keine Ahnung, ob das auch wieder was mit der Bild-Zeitung zu tun hat. Ja, ja, ja. Wie ich aber gesagt hatte. So. Jetzt fragen sich halt auch wieder andere, warum haben die Leute, warum haben die so lange gewartet? So. Und es scheint vielleicht für viele irgendwie heutzutage normal zu sein, sich als Queer zu outen. So. Ich höre das immer wieder so, ja, warum muss man das immer alles feiern? Pride, bla, bla, bla. So, lebt doch dein Leben. Man muss es aber immer feiern und immer wieder sich outen, weil es halt einfach leider nicht hundertprozentig akzeptiert wurde. Vor allem nicht in der Sportbranche. Denn es gibt halt super, super wenige geoutete Rennfahrer und in seiner Zeit schon mal gar nicht. Wenn er nämlich von Anfang an seine Wahrheit gelebt hätte, wäre er niemals Rennfahrer geworden. Denn als Rennfahrer braucht man Sponsoren. Und Sponsoren sind alles. Deswegen haben die ja auch alles voll auf ihren Rennfahrern. Und wenn die halt keinen Sponsoren finden, dann fallen die ja nicht. Und 2000 hätte niemand dran gesponsert als Rennfahrer gesponsert. Krass. Er tritt auch heutzutage noch als TV-Experte auf und wird auch generell so schon echt noch respektiert und gefeiert. Ich bin aber gespannt, wie sich die Joblage so ändern wird. Es ist auch irgendwie so absurd, dass deine Sexualität dich als Menschen durch und durch ausmacht. Das ist so, hä? Hä? Das ändert nichts daran, wie gut du in dem Sport bist, den du machst. Es ändert gar nichts daran. Nein. Das ändert nichts an deiner Intelligenz. Gar nichts. Und dennoch ist es so ein Thema, das nicht einmal gesponsert wird. Oder dass man Angst um den Verlust von Sponsoring hat. Ja. Und es ist auch egal, in welcher Zeit das passiert ist. So was zur Hölle. Auch noch heutzutage kämpfen so normale Content-Creator, die einen Podcast haben, um Sponsoren. Also vor allem von queeren Content-Creatoren höre ich immer wieder, dass die einzigen Leute, die sie sponsern, halt so Sextoys sind. Ist ja super, alles schön und gut. Oder irgendwas vielleicht noch mit Frauenhygiene, irgendwie sowas. Aber mehr bekommen die halt nicht. Nicolette zum Beispiel redet ja auch regelmäßig darüber. Sie ist super erfolgreich, hat auch Sponsoren, Glossybox hatte sie jetzt zuletzt. Aber ich glaube, das ist hart erarbeitet und nicht normal. Ja, auch Riccardo Simonetti hat auch ganz viel darüber gesprochen, wie schwierig es ist in seiner Branche, anerkannt zu werden und respektiert zu werden. Und dabei machen alle einen auf, we love the gays und denken sie nur so. Die Leute sind nicht erfolgreich, weil sie queer sind, sondern trotzdem. Das ist es. So, queer sein ist im Rennsport halt und auch im Fußball und überall woanders tabu. So, wie ich das jetzt verstanden habe, ist Ralf auch der erste Formel-1-Rennfahrer, der sich als queer outete. Einer der wenigen, der sich seit langem schon für queere Rechte einsetzt, ist King Sebastian Vettel. Deswegen habe ich das gestern geschrieben. Weil ich das so krass fand, was der gemacht hat. Eigentlich ist es nicht krass, aber ich erzähle mal. Er hat beim Grand Prix in Ungarn 2021 Schuhe mit der Regenbogenflagge getragen und bei einem Rennen in Saudi-Arabien einen Helm getragen mit Regenbogen. Krass. Das heißt, der Helm, der war die ganze Zeit drauf in Saudi-Arabien. Der Typ hätte festgenommen werden können und sonst was, wenn er nicht so berühmt ist, wie er nun mal ist. Den kennt ja jeder. Oder? Den kennst du doch. Nö. Kannst du den Namen auch gar nicht? Nö, wie ist das? Ach so. Super erfolgreiches Formel-1-Rennfahrer. Ach der? Natürlich kenne ich den. Ja, doch. Genau. Also den kennt man einfach. Ja, ja, den kennt man. Stimmt. Ja, ja, ja. Sorry. Und er wurde aber von der FIFA dafür gerübt, denn der Weltverband verbietet, verbietet sämtliche politische Statements. Dazu zählt leider auch Solidarität für queere Sportler und Sportlerinnen. Wir haben ja bei der... Alles, was sie tun, ist politisch. Auch nicht politisch zu sein, ist ein politisches Statement. Ihr Flachzang, Alter. Ist so. Bla, bla, bla. Wirklich. Die Tatsache, dass es nicht den sicheren Ort dafür gibt, ist ein politisches Statement. Es gibt keinen sicheren Ort für queere Menschen, weil es keine Kohle bringt. Das ist euer... Angeblich. Da steht ihr politisch. Und ihr wollt nicht, dass Leute politisch sind, damit man euch den Geldhahn nicht zudreht. Unsere Wut kommt noch von Eurovision Song Contest und noch von unserem Bericht letztes Jahr über die WM oder vorletztes Jahr. Schein heilige Scheiße, Alter. Wirklich. Total dumm. Vettel hatte auch ein paar Sachen noch zu sagen. Früher wäre das vielleicht nicht so gewesen. Aber jetzt denke ich, dass ein schwuler Formel-1-Fahrer willkommen wäre. Und das zu Recht. Okay, auch so voll random, das irgendwie zu sagen, weil er selber ist halt ein schwuler Teil-Kinder mit seiner Frau. Das heißt für mich, er weiß safe, dass es Rennfahrer gibt. Ja, klar. Queere Menschen sind überall. Natürlich sind die überall. Aber er sagte allerdings, dass er keine queeren Rennfahrer kennen würde. Ah, um die zu schützen. Er kennt aber queere Mechaniker und Ingenieure. Natürlich queere Menschen sind überall. Ich hasse manchmal die Welt. Wirklich. Wirklich. So voll. Es wirkt so rückschrittlich. Und einfach so, ey, wir haben so viele Probleme. Queere Menschen sind nicht eins davon. Wenn dann heteros. Aber wenn es dann darum geht, sich von Saudi-Arabien abzuheben, dann sind wir modern. Genau, richtig. Wir sind modern mit unseren rechten Koffer hier. Bauen wir da draußen rumlaufen. Freu dich. Ja, es ist wirklich krass. Weiter sagt Vettel, Rennfahrer müssen dem alten Bild eines Spielers oder Fahrers als Held mit bestimmten Kriterien entsprechen. Das fand ich halt interessant. Das war mir nicht so bewusst. Aber die Beurteilungskriterien sind einfach falsch. Es fordert enormen Mut, sein wahres Ich zu zeigen, anstatt sich hinter einer Fassade zu verstecken, die darauf beruht, was die Leute erwarten. King Vettel. King Vettel. Und King Ralf. Ralf. King alle. Ja. Er ist allerdings gegen einen Boykott von Rennen in Ländern, wo Queer sein verboten ist. Was ich verstehen kann, weil er sagt folgendes. Wenn wir keine Rennen veranstalten können, können wir überhaupt nichts bewirken. Aber wenn wir in diesen Ländern Rennen fahren und höflich, aber bestimmt für das Eintreten, was sicherlich ist, können wir eine positive Wirkung erzielen. Werte und Prinzipien können nicht an Grenzen Halt machen. Ja, Mann. Wirklich. Ja. Du gingst mir damals voll auf den Sack, weil mein Vater dich immer angucken musste, aber King Vettel. Die Kommentare unter Ralfs Posting waren, finde ich auch, also überraschend, überragend eigentlich positiv. Es gab natürlich queerfeindliche Sachen, aber ich kann mich darauf konzentrieren. Natürlich auf positive Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel, viele fragen sich wahrscheinlich auch, was hält der Sohn von dem Coming Out, von dem Vater. Der ist selber Rennfahrer, der David Schumacher, Cutie. Er sagt folgendes. Oh, der ist ja richtig jung. Ja, der ist voll jung. Ich glaube, der ist 18, oder? 22. Ja, voll süß. Gott, ist Ralf sexy. Holy fuck. Ich stehe ja nicht so auf ältere Dudes, aber den? Seit wann? Welche älteren Dudes mag ich denn? Sorry, aber die Bergsteiger, die du mir zeigst, sind alle älter. Der ist 50, so alt ist er gar nicht. Hier, Hugh Jackman ist auch fast 50. Hugh Jackman ist meine einzige Ausnahme. Oder wie alt ist Hugh Jackman? Guck mal. Ist fast 60. 55. Ja, also. Maria zeigt mir immer ältere Männer. Stimmt nicht. Ich bin Jim Sieler. Nee. So, nochmal zurück zu David. Er schreibt, es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir, Papa. Und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Aber du bist ja wahrscheinlich echt bi. Achso. Nee, ich dachte wegen seiner Mutter. Okay. Oder? Wettest du deine Chance? Du musst vergeben. Hör jetzt auf. Komm. So, und dann gab es einen anderen Kommentar, da muss ich wirklich weinen, weil wenn ihr Brooklyn Nine-Nine geguckt habt, Captain Holt. Achso. Der ist ja gestorben, ne? Der ist gestorben, also der echte Schauspieler ist gestorben. Und im Film, sowohl in echt als auch, ich glaube, ne, warte, warte, doch, in der Serie spielt er einen queeren Polizeichef. Ja, stimmt. Und erzählt auch von seinen Struggles und so. Und dann schreibt einer, wie sagte schon Captain Holt, every time someone steps up and says who they are, the world becomes a better, more interesting place. So thank you. Ja, ist ein sehr schöner Satz. Okay. Viele Fans bedanken sich halt auch bei Ralf für seinen Mut und für seine Stärke. Aber das war auf jeden Fall nicht immer so. Denn 2017 outete sich, ich glaube, das müsste der erste Rennfahrer sein, der sich da offiziell geoutet hat, britischer Rennfahrer Danny Watts. Er wagte allerdings den Schritt auch nach seinem Ruhestand. Das ist krass, ja. Und er sagte folgendes, im Motorsport hat man das Gefühl, dass man sich verstecken muss, weil es ein sehr männlicher Sport ist. Schwulenwitze und homofeindliche Sprüche waren an der Tagesordnung. Um seine Karriere zu schützen, wurde ihm auch geraten, seine Sexualität zum Beispiel zu beantworten. Hier, Jonathan Bailey, der ja bei Bridgerton spielt, hat auch in einem Interview erzählt, dass ihm Agenten und keine Ahnung gesagt haben, red mal lieber nicht über deine Sexualität, dann hast du bessere Chancen. Und wer auch von vornherein gesagt hat, nope, mach ich nicht. Und der ist so erfolgreich. Und einer der schönsten Männer aller Zeiten. Und ein großartiger Schauspieler. Ja. Frauen- und Männerheld. Das ist so, what the fuck, Leute. Ja. Jonathan Bailey und Co. sind absolute Ausnahmen. Dass sie Erfolg haben, trotz ihrer Sexualität. Auch wenn es so aussieht, dass sie gefeiert werden, bla bla bla. Das sind alles oft Situationen, wo dann, weil es jetzt cool ist, queer zu sein, Unternehmen sich das zunutze machen und die dann nutzen, um halt Werbung zu machen. Na, alles schön und gut. Get your back, sis. Aber früher war das halt nicht so. Ja. Also, wie gesagt, ich bezweifle, dass irgendjemand Erfolg gehabt hätte. Mhm. Ähm, genau. Er sagte halt, dass er, jetzt wo er kein Teil eines Teams ist oder von Sponsoren abhängig ist, kann er frei leben. Ja. Das Geheimnis hat mich für einige Zeit von innen aufgefressen und ich kann es nicht mehr für mich behalten. Ich kann nur hoffen, dass mich Menschen weiterhin wie eine normale Person behandeln. Das ist krass. Hallo? So, er sagte weiter im Interview, ich bin noch immer die gleiche Person, die ich früher war. Ich lebe nur nicht weiter eine Lüge, die ich begonnen habe, um meine Karriere zu schützen. Dann habe ich mal ein bisschen geguckt, wie sieht es denn aus mit queerer Repräsentation im Rennsport und da bin ich auf Charlie Martin gestoßen. Sie ist die erste Transgender-Rennfahrerin und da gab es so eine Cover-Story auf BMW. So, ich glaube, das ist einer der Sponsoren von ihr vielleicht oder keine Ahnung. Und auch wenn die das genutzt haben oder sie genutzt haben, um halt irgendwie queer sein, irgendwie, hier, was ist das, ist das Pinkwashing oder so? Pinkwashing. Zu betreiben, ist egal, Aufmerksamkeit ist auf sie gerichtet und ich habe schon das Gefühl, dass einfach, weil die Öffentlichkeit so viel Akzeptanz gegenüber LGBTQ-Plus-Menschen hat, dass sie auch nachziehen werden, aber solange sich diese ganzen Verbände nicht, also FIFA-Verbände und so, nicht einig werden, wie die damit umgehen und endlich mal Support zeigen, sehe ich da halt nicht langfristig. Also, dass das irgendwie normal sein wird, dass sich Leute outen. Das ist mein Ding. So, was sagst du dazu? Wie geht's dir? Die Frage ist, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Schreibt das in die Kommentare. Ich glaube, wer mir die ganze Zeit jetzt diskutiert, ihr wisst, wo wir stehen. Ja. Nur wenn du auf Männern oder Frauen stehst, heißt das nicht, dass du anders bist. Ist so. Und wenn du auf keinen stehst, ist das auch okay. Dass wir straight sind und was das mit uns macht. Ja. Reicht jetzt. Folgt uns überall, wo es Okay-Ciao-Podcast gibt. Ich bin so durcheinander, wie ich mit der Kamera. Und okay, wir gehen jetzt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao. Ciao. Ciao.